Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier sind sie wieder, die Elektromobilitäts-News der letzten Woche. Und folgende Themen haben wir in dieser Ausgabe. Die neue Regierung hat die Kaufprämie für Elektroautos verlängert. Juhu! Allerdings wird es ab 2023 auch Änderungen geben. Gleich mehr dazu. Tesla wertet das Model Y und teilweise auch das Model 3 mit einem kleinen Facelift auf. Volkswagen planen Verbesserungen in der ID-Serie. Im nächsten Jahr kommt bidirektionales Laden in die ID-Fahrzeuge. VW wird auf 800-Volt-Technik umsteigen und auch Plug-and-Charge kommt. Lightyear kündigt ein 30.000 Euro teures Solarelektroauto an. Daimler, Volvo und Traton bauen gemeinsam mindestens 1700 Ladestationen für LKW und Reisebusse. Und Renault Zoe und Dacia Spring versagen bei den Crash-Tests. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Tesvolt. Da bekommt ihr Lithium, Batteriespeicher für Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft. Gleich mehr dazu. Wir mussten eine Zeit lang warten beim Übergang der alten zur neuen Regierung, bis wir wussten, was passiert denn jetzt auch mit der Innovationsprämie, also mit der richtig guten Elektroautoprämie von 9.000 Euro. Und jetzt ist es endlich raus. Die neue Bundesregierung verlängert die Förderung von Elektroautos und Plug-in-Hybriden in der bisherigen Höhe bis Ende 2022. Ändert sich also nichts. Käufer von rein elektrisch betriebenen Elektrofahrzeugen erhalten also im Jahr 2022 weiterhin noch die 9.000 Euro Förderung. Die Plug-in-Hybride bleiben auch bei den maximal 6.750 Euro. Von 2023 an sollen dann aber nur noch Elektrofahrzeuge gefördert werden, die nachweislich einen positiven Klimaschutzeffekt haben. Also es wurde ja schon länger behauptet, dass Plug-in-Hybride zum Beispiel auch einen positiven Klimaschutzeffekt haben. Jetzt kommt das Wort nachweislich dazu. Das klingt auch mal sehr interessant. Unser neuer Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck, das geht doch immer noch nicht so, das ist noch nicht so flüssig von den Lippen, das ist noch so neu, aber ich freue mich sehr, sagt, Zitat, wir werden in Zukunft bei der Förderung ehrgeiziger, um der Elektromobilität weiteren Schub zu verleihen und den Klimaschutz zu stärken. Und dazu werden wir die Förderung neu ausrichten. Es gibt also ab 2023 schon Änderungen. Die von der früheren Regierung geplanten Änderungen, die jetzt bald schon kommen sollten, also dass die Anschaffung von Kleinstwagen der Klassen L5e und L7e mit 500 Euro gefördert werden, werden aktuell nicht umgesetzt. Kann ja dann ab 2023 vielleicht kommen. Laut Habeck wurden die Arbeiten am neuen Förderdesign ab 2023 direkt mit dem Start der neuen Bundesregierung auch schon aufgenommen. Im Koalitionsvertrag steht, Zitat, wir wollen die Förderung für elektrische Fahrzeuge in Plug-in-Hybride degressiv und grundsätzlich so reformieren, dass sie ab 1. Januar 2023 nur für Kfz ausgegeben wird, die nachweislich einen positiven Klimaschutzeffekt haben. Da ist es wieder, der nur über einen elektrischen Fahnteil und eine elektrische Mindestreichweite definiert wird. Degressiv ist ja so ein komisches Wort. Das heißt also im Prinzip gedanklich, wenn ich das richtig verstehe, soll sozusagen die Förderung absteigend gestaltet werden. Also ich vermute jetzt einfach, dass man ab 23 sagt, jetzt gibt es vielleicht keine 9.000, vielleicht nur noch 7.000, dann ab 24 vielleicht nur noch 5.000 und ab 25 dann vielleicht nur noch 3.000 Förderung und dann gar keine mehr. Also könnte sozusagen die Förderung über die Jahre gesenkt werden. Das vermute ich mal, wird wahrscheinlich so kommen. Die Beträge waren jetzt nur Beispiele von mir. Da werden wir natürlich noch sehen, was da passiert. Die elektrische Mindestreichweite der Fahrzeuge muss bereits ab dem 1. August 2023 80 Kilometer betragen. Zitat, das ist natürlich ein Witz, bereits ab 1. August 2023 noch ewig hin. Und da geht es natürlich ganz klar nicht um die batterieelektrischen Autos, weil die haben ja alle eine Mindestreichweite von 80 Kilometer inzwischen. Sondern es geht natürlich um die Plug-in-Hybriden, also die Verbrenner, die ja noch eben so ein bisschen so tun, als wären sie elektrisch. Und die sind einfach in der Vergangenheit einfach, haben sich herausgestellt, dass sie sogar klimaschädlicher sind als Verbrenner, weil sie nicht richtig eingesetzt werden als Plug-in-Hybriden zu den meisten Fällen. Und das ist also wirklich ein großes Desaster und deswegen muss da was dran unternommen werden. Lieber wäre mir gewesen, dass sie nachweisen müssen, dass sie den meisten Anteil elektrisch fahren und dann die Förderung erst bekommen. Hier soll es jetzt wohl eben diese Mindestreichweite geben. Naja, es ist halt ein Kompromiss. Darauf müssen wir uns wohl einstellen in der Ampelkoalition, dass es eben viele Kompromisse geben wird. Aber grundsätzlich ist es ja gut, dass es weitergeht. Das ist meine Meinung dazu. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir in die Kommentare unterhalb des Videos. Und vor allem, wollt ihr jetzt unbedingt noch 22 schnell noch ein neues Auto kaufen, weil es vielleicht ab 23 weniger sein wird? Wäre jetzt mal so eine Frage. Werdet ihr da ein bisschen nervös oder so? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr über das Ganze denkt. Und es gibt News von Tesla natürlich, wie eigentlich fast jede Woche. Und Tesla verbessert das Model Y und das Model 3. Die Modelle bekommen sogenannte Superhorns, also Superhupen. Nein, Max, nicht das, was du jetzt hier einblättest. Ihr Schweine, was denkt ihr denn? Nein, die Superhupe sollen nicht nur Warentöne ausgeben, wie man das sonst von Hupen kennt, also die anderen Hupen, sondern auf Wunsch auch Töne aus dem Innenraum oder Musik, also Töne aus dem Innenraum oder Musik, die per Hupe nach außen schallt. Was muss man sich da unter vorstellen? Das klingt ja erstmal ganz schön lustig. Als ich fahre selber so ein Autorennspiel, da stelle ich mir auch immer alle möglichen lustigen Hupen ein, zum Beispiel der Kukaracha oder sowas, ja, da kann man lustige Dinge machen. Naja, wir werden sehen, was Tesla sich da wieder einfallen lässt. Außerdem ersetzt Tesla auch die 12-Volt-Batterie des Model 3 und des Model Y endlich durch eine Lithium-Ionen-Batterie. Beim Model S und X ist das ja bereits geschehen und jetzt kommen sie auch in die anderen Modelle. Die Änderungen beziehen sich wohl auf Model Y und Model 3 aus Shanghai und später auch aus Grünheide, hier in der Nähe von Berlin, da sind wir ja. Die Fahrzeuge sollen das Interface von Model S und Model X dann per Software-Updates erhalten und dann auch mit AMD-Chips statt den bisherigen Intel-Chips ausgerüstet werden. Außerdem bekommt das Model 3 Performance einen neuen Akku, bessere Motoren für eine höhere Endgeschwindigkeit und mehr Reichweite. Also das ist doch schon ganz schön ordentlich. Dazu kommen dann auch noch Fahrerseiten-Airbags bei beiden Fahrzeugmodellen. Beim Model 3 werden dann auch die hinteren Seitenscheiben in Zukunft in einer geräuschstämmenden Version verbaut. Beim Model Y ist das ja auf dem deutschen Markt von vornherein so gewesen. Tesla nimmt aktuell keine neuen Bestellungen für Model S und Model X mehr an. Ja, der Bestellstopp wird auch per E-Mail gegenüber Käufern kommuniziert, die in Europa schon einen Model S oder Model X bestellt haben. Also die bekommen es wohl, sagt Tesla, und auch zum gleichen Preis. Aber eben neue Bestellungen gehen gerade nicht. Und wenn man wirklich einen Model S oder Model X jetzt neu bestellen will, dann muss man wohl auf die zweite Jahreshälfte 2022 warten, damit man dann eben sein neues Modell bekommt. So lange geht das nicht. Oder Gebrauchte nehmen. Oder eben Model 3 oder Model Y nehmen. Oder auf einen anderen Hersteller ausweichen. Das geht ja rein theoretisch auch. So, wir kommen nochmal zu Volkswagen. Die wollen nämlich die eigenen Elektroautos für bidirektionelles... Ich sag das immer falsch. Bidirektionales Laden rüsten. So an alle Kritiker. Bidirektionales Laden heißt das Ganze natürlich. VW sagt selbst, wir wollen die Batterien unserer E-Autos als flexible, mobile Speicher im Energiemarkt nutzbar machen. Alle ID-Modelle mit der großen 77 Kilowattstunden Batterie werden dann mit der Technik ausgestattet. Und alle Fahrzeuge, also die schon ausgeliefert werden, haben das schon. Also die jetzt ausgeliefert werden. Und alle, die bereits ausgeliefert sind, also die schon bei euch zu Hause sind, die bekommen das Ganze sogar dann per Over-the-Air-Software-Update. VW will damit nicht, wie andere Hersteller dann irgendwelche mobilen Steckdosen im Auto anbieten, sondern das Auto hauptsächlich mit dem Heimnetz verbinden, um dann eben später, wenn die Standards vorliegen, auch ins Energienetz noch einsteigen. Eine solche Einspeisung kann sehr sinnvoll sein, um Stromnetze zu stabilisieren. Und anstatt die Netze für viel Geld auszubauen, könnten solche Akkus von Elektroautos als Batterieproffer fungieren, um Lastspitzen abzufangen und gelten damit als eine ganz wichtige Komponente auf dem Weg in die Energiewende. VW setzt beim bidirektionalen Laden ausschließlich auf die Nutzung der Autos als Gleichstromquelle. Das bedeutet also, dass für die Einspeisung des Stroms in das eigene heimische Stromnetz dann externe Wandler nötig sind. Also weil es ja nicht im Auto passiert, sondern sozusagen der Gleichstrom aus dem Auto weitergegeben wird. Und im Haus hat man da einen Wechselstrom, also muss es einen Wandler geben. Und Volkswagen entwickelt für den Stromtransfer und die Kommunikation eine spezielle DC-BD-Wallbox. Steht wohl für bidirektionales Laden. So, oder abgeben von Energie. Solche Geräte für bidirektionales Laden, wie die Wallbox Quasar, kosten zur Zeit aber satte 5.900 Euro. Zu welchem Preis VW dann die spezielle DC-Wallbox anbieten will, ist noch nicht bekannt. Aber so kann es natürlich nicht sein. Da muss sich ja noch was tun. Der Vorteil, wenn man auf Gleichstrom setzt, ist, dass die Autos eben nicht auf ein spezielles Wechselstromnetz ausgerichtet sein müssen. Sondern eben können in jedem Land, es gibt ja viele unterschiedliche Ausrichtungen des Stromnetzes in verschiedenen Ländern, die Anpassung an Spannung und Frequenz der Wallbox überlassen. Das heißt also, man muss nicht die Autos ständig für die verschiedenen Länder unterschiedlich gestalten, sondern die Autos bleiben immer gleich und man regelt das dann alles in der Wallbox. Eigentlich gar nicht so schlecht. Außerdem sind theoretisch viel höhere Leistungen möglich als die üblichen 11 kW beim Wechselstrom. Und da ja im Auto selbst nichts verändert werden muss, kann eben diese Funktion per Software-Update auch im Nachhinein freigeschaltet werden. Die neuen VW ID.5 und ID.5 GTX sollen bereits ab Anfang 2022 mit der neuen Software für bidirektionales Laden ausgestattet werden. Und die entsprechende DC oder DC Wallbox soll es dann aber erst im Jahr 2023 geben. Es muss aber auch noch der neue geplante Kommunikationsstandard fertig gemacht werden. Hier will Volkswagen in Normierungsgremien, also in diesem ISO-Normierungsgremien, Druck machen, damit eben die Vorgaben möglichst schnell festgelegt werden, damit wir damit starten können. Außerdem fehlen aber noch regulatorische Bestimmungen für bidirektionales Laden und Smart Meter Gateways inklusive Steuerungseinheit müssen entsprechend ausgelebt, verfügbar und kosteneffizient sein. Es gibt also noch einiges zu tun. Nicht nur die technische Umsetzung, sondern auch ganz viele Regulatorien. Durch die Nutzung als Energiespeicher soll sich der Akku auch nicht stärker abnutzen als beim normalen Gebrauch. VW selbst setzt dann fahrzeugtechnisch die Grenzen, damit Kunden nicht die Gewährleistung überschreiten. Dadurch soll verhindert werden, dass sich eben der Verkaufswert des Fahrzeugs durch eine niedrigere Akkukapazität dann verringert. Und das finde ich jetzt gleich richtig cool. Volkswagen plant nämlich in diesem Zusammenhang die direkte Anzeige der verbliebenen Restkapazität im Fahrzeug, um es Käufern leichter zu machen, den Wert des Gebrauchtwagens einschätzen zu können. Bisher ist es ja wirklich, die Batterie ist im Elektroauto das wichtigste oder teuerste Element, das Herzstück. Und wenn man natürlich ein Auto, Elektroauto gebraucht verkauft, ist natürlich entscheidend beim Preis, wie gut die Batterie noch ist sozusagen. Und das nennt man dann Batteriedegradation. Also wie viel Kapazität von der ursprünglichen Batteriekapazität steht noch zur Verfügung. Und wenn da zum Beispiel steht 90%, heißt es 10% der Kapazität ist halt verloren gegangen. Also die Zellen sind nicht mehr nutzbar. Und das soll wohl direkt in Zukunft einsehbar sein. Das finde ich sehr gut und transparent, vor allem als Käufer von gebrauchten Elektroautos. Und der Markt wird ja immer größer. Volkswagen plant wohl auch die gesamte Hochvolttechnik auf 800 Volt umzustellen. Porsche und Audi nutzen schon die 800 Volt Technik. Bei der ID-Familie ist das aber aktuell noch nicht der Fall. Das soll sich wohl auch ändern. VW sagt, es wird auf die Dauer nicht bei 400 Volt bleiben. So viel kann man sagen. Wie wir es genau machen, kommunizieren wir zu gegebener Zeit. Das ist also noch sehr schwammig. Was konkreter ist, ist was mit der Software-Version 3.0 passiert, die ja jetzt ansteht. Da will VW darüber hinaus die Ladegeschwindigkeiten erhöhen. Das heißt also, die Ladegeschwindigkeiten, die ihr jetzt in eurem Auto habt, könnten durch ein Software-Update dann eben mit höher werden. Bei der 77 Kilowattstunden Batterie, also da sind wir wieder bei der größten Batterie, steigt die maximale Leistung von 125 auf 135 kW. Das klingt jetzt nicht drastisch, ist aber nicht schlecht. Beim ID.5 GTX soll das sogar bis auf 150 kW per Software-Update hochgehen. Das soll dann immerhin bei einer Ladung von 5 auf 80 Prozent bis zu 9 Minuten einsparen. Und ich meine, knapp 10 Minuten ersparen ist bei jedem Ladevorgang. Das ist doch schon ganz ordentlich. Wie das jetzt also und ob das überhaupt bei kleineren, also bei der kleinen, mittleren Batterie kommt, weiß man noch nicht. Komischerweise spricht hier Volkswagen die ganze Zeit nur von der großen 77 Kilowattstunden Batterie. Bin mal gespannt, weil wir fahren ja hier auch im Robin-TV-Team ein VW ID.3 mit der 58 Kilowattstunden Batterie, also mit der mittleren. Ob wir dann auch da Verbesserungen bekommen, da bin ich echt mal gespannt. Bleibt für euch dran, weil das wäre natürlich für uns auch eine schöne Sache. Und dabei schließt VW nicht aus, dass sogar höhere Ladeleistung von bis zu 175 kW erreicht werden könne. Die Software-Updates sollen bei den ausgelieferten Modellen in Kombination mit dem Austausch der 12-Volt-Batterie erfolgen. Da gibt es wohl ein Austauschprogramm. Ich denke mal, da werden alle dann per Schreiben von VW dann bald Bescheid bekommen. Und dann wird das gleich praktisch mit erledigt. Weil eine 12-Volt-Batterie, die kann man jetzt nicht per Software-Update austauschen. Das wäre auch ein bisschen verrückt. Ebenfalls will VW das Laden unterwegs auch einfacher machen. Per Software-Update kommt nämlich im nächsten Jahr die Plug-and-Charge-Funktion. Oberklasse-Modelle von Audi, Porsche oder Mercedes haben das schon seit Längerem. Und es soll dann eben möglich sein, bis zu 10 Ladekarten im System zu hinterlegen. Und vor Beginn des Ladevorgangs kann man dann im System einstellen, über welchen Vertrag abgerechnet werden soll. Das heißt also, wenn ihr da 10 Tarif hinterlegt, dann könnt ihr mal gucken, was ist aktuell der günstigste. Tippt auf den drauf und wenn ihr den Stecker reinsteckt, dann geht es automatisch los und ihr müsst sonst nichts machen. Klingt doch richtig gut. Und auch die Routenplanung wird verbessert oder sagen wir mal so, wird vielleicht mal auf ein anständiges Niveau gehoben. Da muss man ja schon mal sagen, dass die bisher nicht so gut ist. Da kann man bald den Ladezustand am Ziel anpassen. Das habe ich lustigerweise. Da gab es ja dieses Software-Event von VW in diesem Jahr. Könnt ihr mal hier auf dem Kanal gucken. Da habe ich auch ein Video dazu gemacht. Da habe ich das bei VW die ganze Zeit gesagt, guckt mal, dass ihr den Ladezustand am Ziel, dass man den einstellen kann. Also bisher ist er auf 30% sozusagen voreingestellt. Das kann man nicht ändern. Vielleicht möchte man aber auch mit 50% ankommen, um vielleicht auch die Strecke oder 60% in die Strecke wieder rückfahren zu können. Das soll wohl in Zukunft gehen. Wer weiß. Vielleicht habe ich da ja den richtigen überzeugt. Mal gucken, ob ich da eine Auswirkung hatte. Die Bewertung der Ladestopps im sogenannten Multistop-Routenplaner erfolgt dann dynamisch, also mit dem Update und richtet sich nach der Leistung der Säulen und ihrer Belegung. Das heißt also, bisher routet das System einfach, sage ich mal, irgendwelche Säulen, die mindestens 50 kW schnell laden, was zu wenig ist. Und das wird wohl in Zukunft deutlich besser. Und das ist auch wichtig. Das werde ich mir genau anschauen und dann nochmal ein Video machen mit meinem ID.3, um euch zu sagen, wie wirklich der Routenplaner besser ist und ob der jetzt so benutzbar ist, dass ich sagen kann, darauf kann man sich jetzt verlassen. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Tess Volt. Ich habe die erste Gigafactory für Batteriespeicherfertigung in Europa von eben Tess Volt für euch besucht. Wir sehen hinter die Kulissen der Fabrikhallen und bekommen einzigartige Einblicke. Das Video ist jetzt auf unserem Zweitkanal RobinTV Grün Online. Hier mal ein paar Eindrücke. Jede Zellform hat seine Berechtigung, jeder Inhalt hat seine Berechtigung. Und je nach Projekt ist es dort vielleicht besser geeignet als im anderen. Wir haben uns halt spezialisiert auf viel Leistung, komprimiert, Industriestandard. Das ist halt bei uns das Thema. Wir sind hier im Bau und das ist quasi ein großer Batteriecontainer, der Energie bereitstellt und dann entladen und beladen wird. Hier darf ich dran fassen? Hier darfst du dran fassen. Wie viele Kilowattstunden sind es dann so hier? Das sind 2.900 Kilowattstunden. Dann gucken wir mal, wie viele VW ID.3s hier reinpassen würden. 50 Stück. Jedes Batteriemodul bei uns wird einmal entladen, wird beladen, wird entladen auf 20% Ladezustand. So wie beim Handy 20%. So was hat man noch nicht so oft gesehen, oder? Wie cool. Ich fühle mich so ein bisschen wie so ein Spielzeugladen. Und wir versorgen jetzt mit dieser Gesamtanlage, wo wir quasi ein Baustein sind, haben jetzt 2000 Farmer, 2000 Bauern haben jetzt die Möglichkeit, selbst ihre Nahrung anzupflanzen, anzubauen und ihre Familien zu versorgen. Wir erfahren also, wie Batteriespeicher die Welt zum Positiven verändern kann und wie sie helfen, komplett autark, also off-grid leben zu können. Batteriespeicher sind eine der wichtigsten Bausteine, um eben weltweit eine Energiewende erfolgreich zu meistern. Und dann seht euch das Video an. Ich kann euch sagen, es lohnt sich. Es ist richtig spannend. Auch für mich war das ganz großartig, solche Einblicke zu bekommen. Der Link zum Video und zum Unternehmen Tesswold ist direkt hier unterhalb des Videos im Beschreibungstext. Einfach draufklicken, direkt nach den News und euch anschauen. Und dann lasst mal einen Kommentar da und sagt, ob ihr das so gut findet. Für mich war das unglaublich spannend. Also wie so ein Kind in so einem Spielzeugladen. Wenn man so ein Zeug mag, dann ist es einfach super cool, solche Einblicke erleben zu dürfen. Und es freut mich, die mit euch teilen zu können. Also danke nochmal an Tesswold. Lightyear hat bisher nur den Lightyear 1 vorgestellt, der ja knapp 150.000 Euro kosten soll. Also jetzt nie so wirklich erschwinglich für alle. Aber jetzt kommt eben das zweite Solarauto des Startups aus den Niederlanden. Der Lightyear 2, nach Lightyear 1 macht irgendwie Sinn, ja, soll dann massentauglich sein. Und zwar mit einem Preis ab 30.000 Euro. Das klingt doch mal ganz anders. Lightyear ist eine Ausgründung von Maschinenbauern der Technischen Universität Eindhoven aus den Niederlands. Und das Unternehmen bekam eine Anschubfinanzierung von 110 Millionen Dollar. Und hat dann mit Leaseplan eine Vertriebsplattform gefunden, über die 5000 Stück eben des jetzt angekündigten Lightyear 2 vermittelt werden sollen. Das neue Fahrzeug soll dann 2024 oder 2025 auf den Markt kommen, ist also noch ein bisschen weit weg. Es fehlen auch noch technische Details zu dem Fahrzeug, das also nicht nur in Europa, sondern auch in den USA verkauft werden soll. Und wahrscheinlich wird es wieder ein aerodynamisch besonders günstiges Fahrzeug, wie eben der Lightyear 1, um eben eine möglichst hohe Reichweite zu erzielen. Dach und Motorhaube des Lightyear 1 sind dann mit Solarzellen ausgelegt, also denen, den wir bisher kennen. Und an sonnigen Tagen sollen sie Strom für eine Reichweite von bis zu 70 Kilometer erzeugen und in den Akkuladen. Und das Unternehmen gibt selbst die Reichweite des Lightyear 1, also nicht des neuen günstigeren jetzt, mit 725 Kilometer nach WLTP an. Und das konnten sie auch in einem Test beweisen. Bei bewölktem Himmel auf einem Rundkurs in den Niederlanden haben sie knapp 710 Kilometer geschafft. Was haltet ihr davon? Ich meine, wir kennen ja Sonomotors oder viele von euch als Solarelektroauto-Startup und Lightyear 1 war ja immer so der zweite im Bunde, in den Niederlanden nicht so weit weg, aber mit den 150.000, mit dem Lightyear 1 natürlich immer nicht erreichbar. Mit dem Lightyear 2 jetzt mit knapp 30.000 Euro klingt das doch so ähnlich wie bei Sonomotors. Und das freut mich erstmal, weil es gar keine Konkurrenz ist, sondern eher bedeutet, es könnte, wenn alles gut läuft, in Zukunft sogar zwei Unternehmen geben, die ein Solarelektroauto auf dem Markt haben. Was natürlich dafür spricht, dass das eine interessante Technologie ist. Was denkt ihr darüber? Schreibt es doch mal unterhalb des Videos in die Kommentare. Die Hersteller Daimler Group, Traton Group und Volvo Group, also die drei größten Player im LKW-Markt, haben bekannt gegeben, dass sie ein Joint Venture für den Ladenetzausbau in Europa gründen. Das Joint Venture soll Schnellladestationen für elektrisch betriebene LKW und Reisebusse bauen und betreiben. Also im Prinzip so eine Art Supercharger-Netzwerk für LKW und Reisebusse. Das ist doch mega cool. Ich habe mich so gefreut, als ich das gelesen habe. In der verbindlichen Vereinbarung verpflichten sich die drei Unternehmen, Zitat, den notwendigen Aufbau einer Ladeinfrastruktur für die steigende Zahl von Elektrofahrzeugkunden in Europa anzustoßen und zu beschleunigen. Damit wollen sie einen Beitrag zu einem klimaneutralen Transportwesen in Europa leisten. Das Joint Venture soll von Daimler, Traton und eben Volvo zu gleichen Teilen gehalten werden. Der Unternehmenssitz ist Amsterdam. Nach Abschluss aller behördlichen Genehmigungsverfahren soll das Unternehmen dann 2022 seinen Betrieb aufnehmen. Und die Gesamtsumme an Investitionen benennen die drei Partner mit 500 Millionen Euro. Da wird also nicht gekleckert, sondern geklotzt. Das ist damit dann die größte Investition in ein LKW-Ladenetz in Europa. Und bis 2027 will eben genau dieses Joint Venture dann in ganz Europa mindestens 1700 Hochleistungsladepunkte installiert haben, die mit Ökostrom versorgt werden. Und Hochleistungsladepunkte heißen sie deshalb, weil natürlich in so LKWs und Reisebusse wahnsinnig hohe Ströme fließen müssen. Noch viel mehr KW, als wir das bisher schon aus den PKWs kennen. Und die Ladestationen sollen sich in der Nähe von Autobahnen, Abladestellen und Logistik-Hubs befinden. Was natürlich logistisch gesehen total sinnvoll ist. Das Joint Venture sieht das Projekt als sinnvollen Weg, CO2-Emissionen in kurzer Zeit zu senken und LKW-Flottenbetreibern den Übergang auf elektrische Transportlesungen zu erleichtern. Ja natürlich, wenn es ein ganzes Netz aus super schnell ladenden Stationen für eben LKWs gibt, dann können auch natürlich viele Transportunternehmen umsteigen. Ist ja klar. Die sagen sich sonst, wo sollen wir denn laden? Und wenn da so ein Netz existiert, macht das natürlich total viel Sinn. Wir hatten das schon mal so gemacht. Warte mal, ich glaube, das ist so ein Unternehmen, das mit Tee anfängt und mit Essler aufhört. Aber ist doch gut, wenn sie sich da was abkopieren. Die Partner wollen mit dem zukünftigen Joint Venture den Weg für die Umsetzung des Green Deal der Europäischen Union und damit für einen klimaneutralen Güterverkehr bis 2050 bereiten. Moment mal, 2050? Ist ein bisschen spät. Aber gut, da treten wir ihn noch ein bisschen in den Arsch, dann geht das hoffentlich auch früher. Und wir haben noch eine Meldung, die ehrlich gesagt gar nicht so lustig ist. Ich war ein bisschen schockiert. Die neueste Generation von Renaults Elektro-Kleinwagen Zoe und auch das neue Elektro-SUV Dutcher Spring wurden Crash-Tests im Euro-NCHP-Programm unterzogen. Und übrigens, Dutcher gehört auch zu Renault. Also wir reden vom Renault-Konzern. Und beide Fahrzeuge enttäuschten sehr. Die Tester haben den Renault-Konzern angesichts der sehr schlechten Ergebnisse ganz schön scharf kritisiert. Dem Renault Zoe wurden in der Kategorie Schutz von erwachsenen Insassen nur 43% der Gesamtpunktzahl verliehen. Der Schutz von Kindern wurde mit 52% auch ganz schön schlecht bewertet. Auch beim Schutz von gefährdeten Verkehrsteilnehmern, also der Fußgängersicherheit übersetzt, enttäuschte der Zoe mit 41% der Punkte. Bei den Sicherheitsassistenten wurden sogar lediglich 14% erreicht. Der Zoe wurde 2013 eingeführt, also in der ersten Generation. Und damals hat die Technik bei eben diesem Euro-NCHP-Test noch für 5 Sterne gereicht. In 2020 hat das Modell ja einen Facelift erhalten, also deswegen der neue Zoe, oder wie ich sagen würde, die neue Zoe. Und die Sicherheit wurde laut Euro-NCHP aber eben nicht an aktuelle Standards angepasst. Sie schreiben, im Gegenteil, der Seiten-Airbag am Sitz, der früher Kopf- und Brustkorb schützte, wurde durch einen weniger wirksamen, reinen Thorax-Airbag ersetzt, was eine Verschlechterung des Insassenschutzes darstellt. Sagen die Tester, nicht ich. Und sie sagen weiterhin, der neue Zoe bietet insgesamt einen schlechten Schutz bei Unfällen, einen schlechten Schutz für ungeschützte Verkehrsteilnehmer und keine sinnvolle Technologie zur Unfallvermeidung, was ihn für alle Sterne disqualifiziert. Das ist echt hart. Der Dacia Spring hat beim Schutz von erwachsenen Insassen 49% erreicht, bei Kindern 56% und bei der Fußgängersicherheit 39% der Punkte. Und die Sicherheitsassistenten wurden mit 32% bewertet. Ja, das Abschneiden des Dacia Spring bei den Crash-Tests sei geradezu problematisch, schreiben die Tester, mit einem hohen Risiko lebensbedrohlicher Verletzungen für den Brustkorb des Fahrers und den Kopf des Beifahrers bei Frontal-Crash-Tests, sowie einen geringen Schutz des Brustkorbs bei Seitenaufprall. Das erklären die Euro-NCHP-Experten. Und sie bewerten den Spring mit einem Stern. Das ist ganz schön brutal. Und jetzt kommt das wirklich hammerharte Fazit von dem Generalsekretär des Euro-NCHP-Crash-Tests. Er sagt, Zitat, Da läuft es mir wirklich gerade eiskalt den Rücken runter. In erster Linie tut es mir total leid für Renault, dass das so gelaufen ist. Ich kann das jetzt im Moment gar nicht einschätzen. Und vor allem wünsche ich mir, dass alle, die mit den Autos unterwegs sind, möglichst sicher unterwegs sind und vorsichtig fahren. Ich weiß, das ändert jetzt vielleicht nichts an der ganzen Sache. Aber das ist natürlich schon krass. Sowas habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Also, puh. So ist das halt manchmal. Ich zeige euch hier nicht, dass Elektromobilität nur wunderschön ist, auch wenn ich ein gut gelaunter Mensch bin. Sondern hier werden wir natürlich schon alle Bereiche aufzeigen. Ich zeige euch, was gut ist. Ich zeige euch aber auch mal, was nicht so gut ist. Aber grundsätzlich kann ich sagen, Elektromobilität macht einfach unglaublich viel Spaß. Das waren die letzten E-News im Jahr 2021. Ja, ist schon soweit. Jetzt ist zwar vielleicht ein bisschen früh, wenn ihr das Video schaut. Aber ich kann euch sagen, ich wünsche euch jetzt schon wunderschöne Weihnachtstage. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich freue mich auf ein großartiges Jahr 2022. Wir haben schon tolle Sachen geplant. Das wird bestimmt richtig cool. Und da können wir uns bestimmt auch mal wieder persönlich sehen. Ja, bleibt gesund bitte. Passt gut auf euch auf. Danke fürs Zusehen in diesem Jahr. Und wir sehen uns nächstes Jahr oder gleich im nächsten Video. Also bis dann. Bis dann.